So, schon ein, zwei Tage her das Spiel, aber auch hier an der Stelle nochmal mein Spielfazit. Wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, warum es immer wieder ein bisschen dauert. Gerade in der Woche natürlich umso schwerer noch diese Abendspiele dann aufzubereiten, weil in der Zeit nicht mehr da ist, die Puffer nicht da ist für Nachtschicht, für am nächsten Tag einfach direkt schneiden, geht nicht. Natürlich, Arbeitsleben ist da, aber Thema Arbeitsleben, da hört ihr mich ja auch immer wieder und auch immer aktuell, mindestens mal jeden Donnerstag, nämlich Port Cannstatt. Der war auch schon draußen jetzt am Mittwochabend, haben wir schon rausgebracht, eben zu Kiel, zu Lautern, Vorausblick auf Leverkusen. Also da habt ihr mich vielleicht schon gehört im besten Fall, aber da könnt ihr es noch tun. Also der Hinweis, was das angeht, jetzt hier natürlich noch mein Spielfazit hier in Richtung, ja, diesem ganzen Kosmos-Audio-Stadion-Flog, sage ich mal, als einer der Elemente davon. Und da muss ich natürlich anfangen, ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen, weil das Spiel ist schon ein, zwei Tage her. Aber natürlich, was besprochen werden muss, ist dieser Rahmen. Also das war ein Rahmen für die zweite Pokalrunde, der war brutal, der war überragend gut. Lauter und ordentlich Fans mitgebracht, sowieso ist das Ding ausverkauft gewesen, der Ausritsblock, auch die Oberrangblöcke mal wieder, alles wirklich komplett voll gewesen. Natürlich auch hier und da Einzelplätze noch bekommen, wahrscheinlich im Stadion. Dann ist ja auch diese Fanfreundschaft da oder diese Nähe eben da, dieses Ding, dass man sie lauterer gönnt, dass die es uns, glaube ich, auch gönnen, wenn hier und da Erfolg da ist. Natürlich im direkten Duell noch was anderes, aber grundsätzlich gönnt man sich, glaube ich, viel. Eben, wie gesagt, auch Fanfreundschaft, auch wenn es keine komplette, über alle Fangruppierungen raus offizielle Fanfreundschaft ist, noch keine Vereinsfreundschaft, aber eben doch eine große Fanfreundschaft, was das angeht. Und die haben wirklich Alarm gemacht in diesem Ausritsblock, wäre es zu einfach oder mir gerade nicht möglich zu sagen, das irgendwie groß zu vergleichen mit irgendwas, aber in letzter Zeit und das nehmen wir mal in letzter Zeit die Formulierung als eine lange Spanne, war das der beste Ausritsblock seit langem, seit sehr, sehr langem, brutaler Support. Wie gesagt, aus der Kurve siehst du oft, dass sie Gas geben, dass die Schalz raus sind, dass Gehöfe, dies, das. Beispiel vor ein paar Wochen, Sparta Prag war auch recht ordentlich, die haben auch nur 5% bekommen, Lautner natürlich mit deutlich mehr vor Ort gewesen, aber die waren zum Beispiel auch auffällig gut, Sparta Prag, um vielleicht den Vergleich zu ziehen, aber Lautner hast du eben auch gehört. Die hast du gehört, nicht nur Springen gesehen, sondern auch gehört. Das war ein brutal starker Auftritt von den Fans, aber eben auch von den Spielern auf dem Platz. Die haben sich auch da in Stuttgart nichts geschissen in der Pokalrunde, deswegen gehen wir auch direkt ins Spiel rein. Neuen Wechsel in der Startelf, war schon eine sehr krasse Rotation, kräzliche Mittelfeld, auch das ist natürlich ein bisschen undankbar für den Kollegen, weil auch nicht das beste Spiel gemacht, aber ist halt Supercup mal eingewechselt. Gute Einwechslung bekommen, eigentlich gute Vorbereitung gemacht, weil eben auch Mittelfeld noch Urlaub hatte von der EM logischerweise. Da dachte man, oh, echt eine gute Alternative, dann irgendwie wochenlang raus, nie so richtig im Kader der U21 gespielt und dann kriegt er sein Startelfdebüt und kriegt es eben wahrscheinlich, weil die Marschroute war, ey, der Stiller braucht verdammt nochmal eine Pause, den setzen wir raus und danach gucken wir, wen wir da reinsetzen. Ich glaube, Keitel war ja auch angeschlagen, konnte nicht spielen, sonst wäre der Effekt nochmal eine Wahl gewesen oder Mio zurückzuziehen oder sowas, aber hat Kretz sich bekommen, kann er laut seinem Profil ja auch diese Mittelfeldposition einnehmen, aber natürlich auch sehr undankbar für ihn, deswegen würde ich das Spiel auch nicht überbewerten von Kretz, die zumindest schön, dass er Spielzeit bekommen hat. Stiller kam ja irgendwann später auch noch rein, was natürlich das Spiel auch ziemlich verändert hat, aber schon einige Wechsel, wie gesagt, war zu erwarten, neun Stück, aber nicht unbedingt vielleicht und wollte mal dies, das. Hinten wieder ein Stenzel mal gespielt, in Hendricks und so Geschichten. Bredner hat mich sehr gefreut, dass er spielen durfte, im Tor auch einen ordentlichen Job gemacht. Auch da habe ich Ihnen geschrieben, dass er trotzdem immer noch gut genug, um Lautern zu schlagen, dass er immer noch ein Zweitligist, wie gesagt, die hatten einen guten Sieg gefeiert in Düsseldorf, aber trotzdem war der Anspruch, trotz neuen Relationen in der Startung, logischerweise, dass man die schlägt, die Lauterer, Kaisers Lautern. Da stand es auch schon drin, habe ich natürlich schon angesprochen, Lautern-Fans-Crazy steht in meinen Notizen hier drin. Stimmt das auch, Thema Fan-Friendschaft. War jetzt keine Choreo oder irgendwas in der Form, wie es jetzt bei Nürnberg und Schalke ist, das ist ja nochmal eine richtige Vereinsfreundschaft, glaube ich, oder auch hier über der KSC und die Hertha und so Geschichten. Aber zumindest ein paar Fahnen wurden ausgetauscht, hast du mal gesehen, eine VfB-Fahne dort im Block, eine KSC, vorsichtig, ruhig, eine FCK, wichtig, ich entschuldige mich, eine FCK-Flagge, bei uns in der Kurve gewesen, also das ist nochmal auch schöne Zeichen. Und dann die frühe Führung, verhältnismäßig frühe Führung, 14. Minute, Voltemade, ein Weltpass davor von Stenzel, die Müritsch direkt irgendwie durchgespitzelt und dann leichter Job, aber da musst du stehen und vor allem nicht für Voltemade auch schon in Münster gespielt und getroffen, vielleicht so ein bisschen Mr. Pokal, hoffe ich fast ein bisschen drauf. Wichtiger Zeitpunkt auch gewesen, hat das Spiel eigentlich im Griff gehabt, die Müritsch nochmal eine Chance gehabt, habe ich mir aufgeschrieben. Und nach der Pfosten-Schoß von Lautern, von dem sehr, sehr starken Spieler, glaube ich, der auf Leibas nur bei Lautern ist, aktuell, aber der hat schon ordentlich Wirbel gemacht, befehlt ihr Namen nur gerade leider nicht mehr ein. Und dann auch, das habe ich in der Situation auch aufgeschrieben, kurz danach aufgeschrieben, meine Notizen hier auf das Thema Fans, weil das fand ich auch wichtig und richtig Lautern in ihrer Kurve Banner hochgehalten mit scheiß Print at Home. Und da gehe ich halt wirklich komplett mit, habe ich glaube auch schon hier und da mal angesprochen in meinem Spielfazit, dass ich es echt schade finde, dass halt wirklich, bestes Beispiel ist Madrid. Real Madrid ist ja auch in der Bundesliga überall so, deswegen aber vor allem das Madrid-Beispiel, jetzt bist du in Madrid oder in meinem Fall, ich war in Madrid, ein Erlebnis fürs Leben, Auswärtsfahrt Madrid, erstes Champions-League-Spiel seit 14 Jahren, dies, das und so weiter und so fort und was hast du? Also gut, ich war halt auch im Heimbereich, ich glaube, die Auswärts hatten ja ein richtiges Papierticket, aber im Heimbereich, wie gesagt, in der Bundesliga auch oft genug im Heimbereich so oder auch bei Auswärtsspielen so, dann kriegst du halt ein E-Paper quasi auf die Hand. Dann hast du halt, das Einzige, was ich mir aufheben kann, von Real Madrid auswärts, ist ein Ticket in meiner Pass, mobilen Pass-App auf dem Handy. Und das ist einfach scheiße. Das ist einfach schade, ich bin auch sehr großer Fan von, muss gar kein Hard-Ticket sein, oder zumindest irgendwie gescheite Tickets, halt richtige Tickets noch mit Layouts, so Geschichten, mit Designs. Ich habe alles aufgehoben, sah früher so geil aus, aber gut. Andererseits ist es natürlich irgendwo unverständlich, das ganze Papierkram, der immer dazu zu erledigen ist, dann kostet vermutlich auch noch hier und da noch ein paar mehr Versandkosten, wenn du dir die Dinger jedes Mal schicken lassen musst und sowas. Also hat schon alles so den positiven Gründen, aber an sich finde ich schön. Vielleicht ist es ja echt eine Option, jetzt rutsche ich gerade echt ins Thema rein, aber nehme ich jetzt mal mit hier. Vielleicht wäre es ja echt eine Option zu sagen, jo, wir bieten das an, plus zu Aufpreis halt dann natürlich logischerweise, bieten E-Paper an, E-Ticket an, plus zum Aufpreis dann nochmal ein Hard-Ticket oder sowas. Vielleicht wäre das irgendwie für die Zukunft eine Idee, weil ich finde es echt, echt schade, eben gerade für so riesen Anlässchen, wie mal Tritt auswärts, oder Champions League Heimspiele, sind ja auch alles nur mobile Tickets. Ist schon ziemlich schade. Aber gehen wir weiter. Schon dahin geschrieben, Schiri schwierig, weil Elfmeter, ja, der war klar außerhalb. Ich habe es sogar auch, klar, das ist der Klassiker in der Kurve, Elfmeter oder irgendwas hin zu pöbeln, aber ich hatte es wirklich im Gefühl, wirklich realistisch im Gefühl, dass der nicht innerhalb war, oder dass es sehr, sehr knapp war, mindestens mal, dass er nicht innerhalb war. War er auch nicht. Er war außerhalb. Darf das der Schiri sehen? Ja, vielleicht. Ja, vermutlich. Gibt halt kein VAR, der das dann korrigieren kann. Ist auch nicht geschehen, logischerweise dann. 1-1 laut, dann kurz vor der Halbzeit, auch ein scheiß Zeitpunkt für uns. Natürlich so ein bisschen die Debatte aufgemacht, zweite Runde, kein VAR und guck mal, VAR zurückgenommen, vielleicht ist der VAR doch nicht so schlecht. Ich bleibe auch kein Fan vom VAR, ich will nicht sagen, dass ich ein Gegner bin, aber zumindest mal kein Fan davon, vor allem in der Umsetzung aktuell nicht, weil es auch mit VAR oft genug, ja, beschämend läuft, schlecht läuft. Aber in dem Spiel war es echt so ein Fifty-Fifty-Ding. Einerseits war es geil, zum Beispiel beim Voltemate-Tor, dass klar war, wir können jetzt jubeln. Du hast ja immer schon ein bisschen diesen Korrekturblick, so Lienrichter, Schiedsrichter, meckert irgendeine Bank oder sowas, hat irgendwas gesehen, gestikuliert. Das war nicht nötig, weil du wusstest, wenn das Ding drin ist und keine Flagge hoch ist, dann zählst, dann kannst du jubeln. Das war schon mal geil, aber eben die anderen 50 Prozent hast halt einen irregulären Elfer gegen dich bekommen, der ziemlich, ja, auch scheiße war für den Spielverlauf, weil Lautner war echt gut dabei, Anfang zweiter Halbzeit, echt gut dabei gewesen. Chance FCK habe ich hier drin, stehen in der 54. Minute. Noch ein paar nette Werte zum Schiri, die ich hier mal kurz auslasse, weil es eben auch beim Schiri natürlich halt auch der Schiri ist oder einer der Schiris ist, den wir als VfB-Fans eh schon auf dem Kicker haben, Daniel Schlager. Leverkusen war es, glaube ich, zum Beispiel mal, ich glaube auch das Frankfurt-Halbfinale im Pokal hat, glaube ich auch gemacht. Also der hat eh schon hier, ja, kein gutes Feeling, wenn der angesetzt wird und das hat sich so auch weiterhin bestätigt und dann, ja, kam die Wechsel, Stiller, Unterfreien, natürlich nochmal Brutales, sowas von der Bank bringen zu können, klar. Es saß halt auch die Startelf auf der Bank, muss man diesmal fairerweise sagen, aber trotzdem nochmal die Stärke des Kaders gezeigt, aber auch da schon hingeschrieben, deutlich anstrengender Abend als notwendig, weil es war echt, echt eine harte Nummer. Stiller Chance, nochmal Stiller 67. habe ich hier stehen, muss auch da sagen, echt cool, die Neuerung, oder Neuerung in dem Sinne, dass auch mal Wiederholungen richtig gescheit auf der Leinwand oben kommen, zu Toren natürlich, vor allem aber eben auch zu Chancen, finde ich echt cool. Komplett zeigen dürfen sie es wohl nicht oder wollen sie nicht, keine Ahnung, das spielt da oben, aber ein paar Wiederholungen werden gezeigt, finde ich schon mal eine gute Neuerung und auch da habe ich hingeschrieben, die wollen nicht schießen, weil das hat mich, das hat mich teilweise wirklich kürri gemacht, Karas hatte mal blank vor der Hütte und schießt einfach nicht, irgendwie in Undaf, der nochmal einen Haken mehr spielt und wie gesagt, ich glaube irgendeine Szene gab es auch, wo irgendwie gefühlt man Undaf dran war, Demirowitsch dran war, Spieler, die schießen können, die schießen können sollten auch als Stürmer und wer schießt am Ende in Stiller, weil sich davor keiner entschließt zu schießen, auch hier und da mal zu verspielt gewesen, hier und da gerade bei einem Undaf, zwei, drei Dinger irgendwie, ja komm, spiele den Ball und ich, keine Ahnung, drille den an und spiele einen perfekten Außenriss, pass über drei Leute drüber, was natürlich nicht funktioniert hat und auch selten funktioniert, das hat mich ein bisschen gestört, so ein bisschen, auch das, wie gesagt, die ist immer noch gut genug, aber auch das so ein bisschen netter Satz eigentlich, die B-Elf für den Ball ins Tor tragen, weil das war mir ein bisschen too much tatsächlich, die B-Elf für den Ball ins Tor tragen, einfach mal draufkloppen, ein bisschen entschlossener sein, das hat mich ein bisschen gestört, Riederfreistoß, kloppt das Ding in die Latte, der hat eine Qualität am Freistoß, das ist brutal und dann eben führig, 75. Auch das wieder nach einer, ja, anfangszeichen, anstrengenden oder frustrierenden Szene, kommt er mal am Ende an den Ball und haut dann endlich mal wieder in führigem Manier auch rein, so ein bisschen Außenriss, lange Ecke, von links nach rechts reingezwirbelt, so ein bisschen das Führig-Ding, hat er auch gemacht, 75. drin das Ding, danach Leveling direkt rein, Mio direkt rein, wie gesagt, nochmal gute Jungs reingebracht und dann ein hartes Stück Arbeit, nochmal hier auch mal Notizen drinstehen, trotzdem überlegen, auch das drinstehen, weil wie gesagt, das war ich vielleicht auch während dem Spiel ein bisschen zu negativ, wenn ich es so mal ein, zwei Tage drauf wirken lasse, vielleicht auch deswegen gar nicht so schlecht, dass es vielleicht ein bisschen später kommt, das Spielfazit, natürlich einerseits, wenn es früher kommt, wäre es emotionaler, jetzt ist es ein bisschen verarbeiteter, auch Spieleingang, schon Daten angeschaut, Daten berichtet, bla bla bla, jetzt so ein bisschen mehr ein Gefühl fürs Spiel, ein richtiges Spiel verarbeitet, richtig bewertet jetzt im Vergleich zu vier Stunden nach Abpfiff, sag ich mal, deswegen, es war am Ende schon hochverdient, es war alles völlig in Ordnung, hochverdient, die haben es auch wirklich in Ordnung gemacht, als B-Elf ist alles gar kein Stress, während dem Spiel war ich ein bisschen frustriert von manchen Angriffen, von manchen Festlaufen und den Pal nicht spielen und hier ein bisschen zu schön und keine Ahnung, ins Tor tragen, wie ich gerade schon gesagt habe, am Ende des Tages ist es trotzdem überlegen gewesen und verdient gewesen, ja, Stenzel, muss man nochmal sagen, finde ich auch cool, wie da so ein bisschen, Kult ist das falsche Wort, aber im Endeffekt hat kein besseres Einzelnen, so ein bisschen dieser Kult eben, in dem man entstanden ist, auch bei der Auswechslung, Pascal Stenzel, Fußballgott, diese paar Nachrufe schon aus der Kurve oder generell aus dem Stadion, finde ich echt cool, geiler Typ Stenzel, wenn er seine Minuten bekommt, auch wenn es nur im Pokal ist, feiere ich, so wie gesagt, der hat seine Grenzen, sag ich mal, die wissen wir auch alle, aber Stenzel, einfach feierbarer Typ, das an der Stelle nochmal und ja, am Ende zählt es weiterkommen, das kam am Ende auch, 2 zu 1 gewonnen, das Ding, auch da wieder, habe ich glaube, macht Kiel auch schon so angesprochen, gutes Zeichen, dass sie eben auch so Arbeitsziege holen, dass sie gegen Mainz haben es nicht geschafft, last minute noch ein Tor kassiert, gegen Hoffenheim und in Wolfsburg zum Beispiel hat es erst am Ende das Tor selber noch gefallen, da war es davor sogar noch andersrum, dass du das Tor noch machen musstest, obwohl du eigentlich nah genug dran warst, um dann mindestens einen Unschieden zu holen und jetzt eben auch Führung über Zeit bekommen, Arbeitsziege gefeiert, das eben auch mit so einer dermaßen Rotation, das darf man wirklich nicht unterschätzen, glaube ich, so einer dermaßen Rotation, wie gesagt, Tüch hast du nochmal gut gewechselt, ein Stiller kommt rein, reißt das Spiel an sich und so weiter und so fort, also wer weiß, ob das ohne die Einwechslungen dann auch in 90 funktioniert hätte, weiß ich nicht, aber du kannst sie ja machen, deswegen ist es auch gar kein Negativ, ja Beispiel oder irgendwie Negativpunkt oder sowas, weil du kannst die Wechsel ja machen, ist ja klar, die sind ja nicht verboten für dich in der Pokalrunde, nur weil du auf der Bank sitzen hast, du kannst sie ja bringen, haben wir auch getan und eben am Ende ist es auch verdient gewonnen, über 90 Minuten gesehen, deswegen guter Punkt, dass wir hier die Absiege holen, Kiel, Lautern, jetzt Leverkusen, bin ich auch dabei, wie gesagt, nachdem ich es hochläge, heute oder eben morgen, Freitagabendspiel, absolutes Mörder, Top-Spiel, wir waren auch schon beim Supercup dabei, letzte Saison haben wir noch im Blick, auch schon davor, gab es ein 1-1 unter Hoeneß, gegen Alonso, kurz vor der Relegation war das noch, dann eben auch 1-1 zu Hause, dann in Leverkusen, im Pokal knapp rausgeflogen, Last-Minute, dann auch da, das war glaube ich das Skandalspiel, nee, das war nochmal ein anderer Schiere, ich glaube Pokal war da, war da Schlager dabei und das andere Skandalspiel war das 2-2, wo wir vielleicht die Mannschaft gewesen wären, eigentlich die diese Serie unterbrochen hätten von Leverkusen, gewinnt ich das Spiel in der Liga oder verliert kein Spiel in der Liga, so rum, dann aber trotzdem auch das 2-2 kassiert, kurz vor Schluss, Nachspielzeit in Leverkusen, Supercup war ich auch vor Ort, auch da, kurz vor Schluss, Ausgleich, Widerschießen verloren, also wir sind einfach mal dran in Leverkusen, wir sind einfach mal dran in Leverkusen und wo wir dauerhaft dran sind, ist die Heimserie, auch das ist richtig stark und das ist richtig wichtig, Heim macht, ein Jahr ungeschlagen in Heimspielen, hat angefangen mit dem 2. Pokalrunde letzte Saison, gegen Union Berlin, 1-2 Heimsieg, auch das, ein bisschen Arbeitssiecharakter, ein Jahr, nun auch ein Kalenderjahr, ungeschlagen, richtig, richtig stark und wie gesagt, in Leverkusen wird es natürlich logischerweise eine Leistungssteigerung brauchen, aber die wird es auch geben, weil da wieder gefühlt 9 wieder rausrotieren, im Betrieb haben gesagt, das wird wahrscheinlich eine ähnliche Startelf sein, wie jetzt auch schon bei Juventus zum Beispiel, wo sie überragend gespielt haben, deswegen bin ich sehr positiv und auch das, gerade mein kleiner Vortrag zu den letzten Leverkusen-Spielen, die waren ja alle überragend, die waren alle richtig gut fußballerisch, wir kennen die Zitate noch von Undaf, die beiden besten Mannschaften gegangen und gespielt, war ja tabellarisch auch so letztes Jahr, Platz 1 gegen Platz 2, ich glaube, wir haben in den ganzen 5 Spielen nur 8 Minuten oder was es da waren, lagen wir hinten, lagen wir in Rückstand, auch das ist krass, aber natürlich leider trotzdem am Ende des Tages nur 2 Punkte geholt, aus 8 Minuten in 450, 480 Minuten, was es dann am Ende des Tages sind, in 5 Spielen, mit Nachspielzeit draufgerechnet, natürlich auch das kann man so rumdrehen, trotzdem, dass man nur 8 Minuten hinten lag, nur 2 Punkte geholt, muss sich bessern, wollen sie bessern, gerade noch die Hönes-PK hier angefangen, neben mir auf dem Bildschirm, klingt positiv, die Jungs haben Bock, die Jungs haben auch ihr Selbstbewusstsein, 2, 3 Pflichtspiele am Stück gewonnen mit dem Juve-Sieg, Kiel, Lautern, kann man sehr positiv da hinfahren und in Leverkusen waren sie noch immer gut unterwegs in letzter Zeit unter Hönes oder generell gegen Leverkusen, war halt meistens in Leverkusen, das ist auch das viertel Spiel in Leverkusen diese Saison, also auswärts in Leverkusen, auch das ist krass, aber ich fahre da wirklich auch mit dermaßen Bock hin, ich habe da richtig Bock drauf auf die Nummer und ich glaube fest daran, dass wir da was holen können in Leverkusen, im besten Fall natürlich dreifach, hoffe ich sehr darauf, mein Thema Leverkusen nehme ich einfach mal mit hier so, nie gemacht, das mache ich einfach mal, 2 zu 3, tippe ich in Leverkusen, hole mir das Ding, da fallen immer viele Tore, beide natürlich Leer verloren oder eben dieses ungeschlagene Ding verloren aus letzter Saison, auch die natürlich neue Situation jetzt als Meister auf einmal reinzugehen und als der Gejagte so ein bisschen reinzugehen im Vergleich zu, oh guck mal, die haben schon wieder nicht verloren, oh schon wieder nicht verloren und dann baut sich so eine Serie auf, das neue Situation von Leverkusen, auch hier und da mal gepatzt, 2 zu 2 gegen Kiel zu Hause, wie er auch nicht den perfekten Saison hat, auch völlig in Ordnung als Saison hat, aber nicht den perfekten Saison hat gehabt, deswegen das wird ein absolutes Top-Spiel, wenn man sogar gewinnt, sind wir punktgleich mit Leverkusen noch besser dran oben, ich hoffe sehr darauf, 2 zu 3 und ja, ab in die Kommentare, zu lautern, Kiel hat man schon, auch gerne zu Leverkusen, eure Erwartungshaltung zum Spiel, eure Lust auf das Spiel, ab in die Kommentare mit allem, was ihr zu erzählen habt zum VfB und eben vor allem zu den aktuellen Spielen und aktuellen, ja, Geschichten rund um den Verein, wie gesagt, ich habe brutal Bock für dieses Spiel, fahre da hin, auswärts Leverkusen, ich hoffe, nehmen wir es mit, danke fürs Zuschauen, natürlich gerne kostenlos Like und Abo da lassen, ganz klar Geschichte und bis zum nächsten Mal.